Erstmal schönen guten Tag. Vielen Dank für die Lorbeeren, für die netten Blumenstraßen meiner beiden Vorredner. Vielen Dank dafür. Auch ich fand die Gespräche herausragend gut. Deswegen, wie Bernd richtig gesagt hat, gab es keinen Anlass, mich überzeugen zu müssen, sondern eben das gerade erwähnte Ziel im Sommer, eine sehr, sehr gute Heim-EM zu spielen, ist extremer Anreiz für mich. Das ist eine große Herausforderung, der wir uns im Team stellen. Wir gehen sie an mit viel Enthusiasmus, mit großer Vorfreude, natürlich auch mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein. Wie Rudi gerade richtig sagt, steht da dann bei einer Heim-EM auch eine Nation dahinter, die wir natürlich auch mit gutem Fußball als gesamte Gruppe, als gesamte Mannschaft auch begeistern wollen. Ich glaube, es wird auch auf dem Weg zur EM ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir, und das wird nichts verkompliziert. Und es wird, wenn wir natürlich auch Fußball spielen wollen, mit einer gewissen Idee, das steht, glaube ich, außer Frage. Deswegen hat man auch einen Trainer, der eine gewisse Idee hat. Aber es wird so sein, dass wir schon den Anspruch haben, auch einen attraktiven Fußball zu spielen, der nicht nur von den Ergebnissen her die Menschen im Land begeistert. Weil ich glaube, das ist die große Chance einer Heim-EM, die nicht so häufig vorkommt, die Nation im Rücken zu haben, indem man vorher auf dem Weg dahin, auf der Reise, wie Franzi gerade gesagt hat, die Leute schon mitnimmt und begeistert. Und das ist unser Ziel. Und dann eben in den Monaten zur EM hin eine Vorfreude zu entwickeln und dann eben das zu nutzen, dass wir zu Hause spielen dürfen, in einem großartigen Land mit hoffentlich großartigem Ausgang der selbigen Heim-EM. Und dann eben in den nächsten Jahren.